Zusammenhang, es ist soweit. Wie angekündigt oder wie ich es erhofft habe, darf ich wieder mal einen Gewinner des Monats Januar ziehen für das Thema Bonus-Code. Dieses Mal gibt es einen T127 und 850 Gold, also von dem her glaube ich, darf man wirklich schon sagen, sehr beachtlich. Das heißt, was musstet ihr dafür tun? Ihr müsstet einfach nur mein Abonnent sein und zeitgleich einfach ein Video kommentieren. Das mit dem World of Tanksnake ist nicht mehr so wichtig, weil ich schicke es eh auf YouTube. Also, wir scrollen mal random so ein bisschen hier durch die Januar-Movies, bleiben hier stehen, so T150. Dann gehen wir hier rein, nehmen die ID hier raus, gehen hier auf suado.de, ID hier eingeben, ein Gewinner, keine Doppel-Comments und dann lassen wir den Würfel fallen sozusagen. Ihr müsst mir nachsehen, ich bin ein bisschen krank, deswegen ist meine Stimme auch so ein bisschen anders als sonst. Aber für den Gewinner ist es wohl irrelevant. Die Eisbären, schau mal, ob er auch denn ein Abonnent ist. Da haben wir ihn doch. Kanäle. Und da bin ich. Also, Glückwunsch an die Eisbären. Du hast den Bonus-Code hier in deinem YouTube-Postfach. Ich drücke allen anderen für den nächsten Monat, also dann für Februar, die Daumen. Ich hoffe, euch macht's Spaß und ihr seid auch wieder dabei. Also, bis dann, haut's ran, euer Alkaramba.